Hallo Freunde, willkommen in meinem Spielzeugkindergarten. Einige Spielzeuge sind schon da. Lasst uns mal zählen, wie viele es sind. Eins, zwei, drei. Zwei Spielzeuge fehlen noch. Wo sie wohl sind? Hallo Nicole, da sind wir. Prima, wenn alle da sind, können wir jetzt ja was lernen. Das sind aber viele Wecker. Nicole, was machen wir denn heute? Wir lernen heute die Uhrzeit abzulesen. Ich male ein Bild und zeige es euch. Als erstes zeichne ich einen Kreis. Das ist der Mittelpunkt der Uhr, die Mitte. Jetzt werde ich diese Zahlen hier aufschreiben. Zwölf, drei, sechs und neun. Ich kann schon die Zahlen ablesen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf und zwölf. Wow, du kannst aber gut zählen. Jetzt machen wir hier raus eine Blume. Den Stängel der Blume machen wir grün. Wie ihr seht, hat jede Uhr zwei Zeiger. Einen großen und einen kleinen. Einen großen und einen kleinen. Einen kleinen und einen großen. Hier ist der große Zeiger und hier der kleine. Die Zeiger können wir als Blätter malen. Ich male ein großes Blatt. Und ein kleines. Am kleinen Zeiger lesen wir die Stunden ab. Und am großen die Minuten. Der große Zeiger ist auf der zwölf. Der kleine auf der eins. Es ist ein Uhr. Wenn der große Zeiger sich einmal um die Runde gedreht hat und wieder auf die zwölf kommt, ist eine Stunde vergangen. Jetzt ist es zwei Uhr. Drei Uhr. Wer möchte jetzt versuchen, die Zeit abzulesen? Ich, ich, ich. Der große Zeiger ist auf der zwölf. Der kleine auf der sechs. Also ist es sechs Uhr. Das ist richtig, Sebastian. Und wer sagt mir, wie spät es auf diesem Wecker ist? Ich, ich, ich. Das ist einfach, Nicole. Fünf Uhr. Denn der kleine Zeiger ist auf der fünf. Und der große auf der zwölf. Das ist richtig, Lemmy. Wer möchte als nächstes? Ich versuch's mal. Äh, Nicole. Ich glaub, ich glaub, diese Uhr ist kaputt. Da ist ja gar kein kleiner Zeiger. Nein, kleines Äffchen. Der Wecker ist nicht kaputt. Der kleine Zeiger war nur unter dem großen. Wie spät ist es, wenn beide Zeiger auf der zwölf sind? Ach so. Äh, ich hab den kleinen Zeiger nicht gesehen. Zwölf. Es ist zwölf Uhr. Es ist also zwölf Uhr. Der Unterricht ist zu Ende. Jetzt dürft ihr spielen gehen. Ah, der Bus ist da. Los, steigt ein. Juppie. Viel Spaß. Und ich bereite jetzt für die Spielzeuge das Mittagessen vor. Wow, machen wir heute etwa einen Ausflug mit dem Boot? Kommt an Bord. Schiff, Ahoi. Schiff, Ahoi. Hihi, ha. Hihi, ui. Hihi, juppie. Ich hoffe, den Spielzeugen gefällt der Bootsausflug. Ich mach heute für Sie eine Waffe. Ich mach heute für Sie eine Waffe. Weil es fünf Spielzeuge sind, hab ich auch fünf Stückchen Waffel gemacht. Da kommt jetzt noch Obst drauf. Für den Affen mache ich eine Banane. So, wir fahren ans Ufer. Der Ausflug ist zu Ende. Ah, ihr kommt genau zur rechten Zeit. So, die Bettchen für's Mittagsschläfchen sind fertig. Wer gegessen hat, darf ins Bettchen. Sie sind schon eingeschlafen. Ich glaub, die Seeluft hat sie müde gemacht. Freunde, hat euch mein Video gefallen? Dann drückt auf Like, abonniert Kinder Cartoons und schaut euch auch die nächste Folge an. Bis bald, tschüss. Hallo Freunde, willkommen in meinem Spielzeugkindergarten. Es ist kurz vor neun. Die Spielsachen kommen sicher gleich. Ah, da kommen sie ja. Guten Morgen, Nicole. Guten Morgen. Lasst uns mal zählen, wie viele Spielzeuge da sind. Eins, zwei, drei, vier. Hm, es müssen fünf Spielzeuge sein. Ein Spielzeug fehlt noch. Hm, wer wohl noch kommt? Hihi, hihi, hihi. Jaa. Hi, was ist Jack-Jack? Jetzt sind fünf Spielzeuge da. Zeit, was zu lernen. Hihi, hihi. Äh, äh, Nicole? Ähm, was, was lernen wir denn heute? Olaf, heute lernen wir die geometrischen Formen und die Farben. Aha. Das ist ein neues Spielzeug. Das ist ein Haus. Und hier sind bunte Stäbchen drauf. Das hier sind die geometrischen Formen. Das ist ein blaues Quadrat. Wo kommt es hin? Wo kommt es hin? Ha, hier hin. Wir haben hier auch noch andere Formen. Rechtecke. Dreiecke. Und Kreise. Wer möchte es als nächstes versuchen? Äh, darf ich, darf ich? Natürlich, Olaf. Äh, das ist ein roter Kreis. Kommt der vielleicht hier hin? Olaf, ich glaube nicht, dass der Kreis da hinkommt. Äh, du hast wohl recht. Äh, 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 äh. Ha, der Kreis kommt hier hin. Gut gemacht, Olaf. Nicole, darf ich als nächstes? Natürlich. Das ist ein grünes Dreieck. Mal schauen. Ha, das kommt hier hin. Guck, 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 guck. Jetzt bin ich dran. Äh, das ist ein gelbes Rechteck. Und guck, 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 guck. Das kommt hier hin. Guck. Gut gemacht, Frau Henne. Jack, Jack, jetzt. Bist du dran? Jack, Jack? Juhu. Das ist ein rotes Quadrat. Jetzt bin ich dran. Ich nehme, ich nehme. Einen blauen Kreis. Und der kommt hier hin. Das habt ihr gut gemacht. Die restlichen machen wir gemeinsam. Quadrat. Rechteck. Kreise. Und Dreiecke. Das Haus ist fertig. Ich habe im Garten eine Überraschung für euch vorbereitet. Jetzt dürft ihr raus und spielen. Und ich mache so lange was zu essen. Juhu. 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 Buk, buk, buk. Buk, buk, buk. Hey. Cool. Nicole hat für uns ein Bowlingspiel vorbereitet. Das macht sicher Spaß. Hey, Jack, Jack. So spielt man das nicht. Du musst versuchen, die Kegel mit der Kugel umzuwerfen. Und... Juhu. Juhu. Wow. Das war echt gut. Ich hätte fast einen Strike geschafft. Ich mache heute Pizza. Auf die Pizza kommen Pilze, Oliven und Tomaten. Käse natürlich auch. Hiermit kann ich Pilze und Oliven machen. Jetzt bin ich dran. Und jetzt Käse. Jetzt kommt die Pizza in den Backofen. Und während die Pizza im Ofen ist, räume ich hier auf. Ha, prima. Die Pizza ist fertig. Heute ist schönes Wetter. Das heißt, die Spielzeuge können draußen essen. Das Essen ist fertig. Die Pizza schmeckt lecker. Guten Appetit. Und wenn ihr alle fertig gegessen habt, gehen wir wieder rein. Es ist Zeit fürs Mittagsschläfchen. Hat dir unser Video gefallen? Dann drück auf Like und abonniere Kinder Cartoons. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Oh, schaut mal, ein Regenbogen. Wie schön. Wie schön. Hallo Freunde. Willkommen in meinem Spielzeugkindergarten. Tschüss. 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 Tschüss, Schulbus. Prima, die Kinder sind da. Zählen wir mal, wie viele es sind. Eins, zwei, drei, vier. Hm, es müssten eigentlich fünf sein. Schnell, schnell, Sohnemann. Wir sind spät dran. Ja, Papa. Kinder, ich wünsche euch viel Spaß. Danke. Du, Nicole, wir haben heute Morgen einen Regenbogen gesehen. Ja, wenn nach dem Regen die Sonne scheint, gibt es einen Regenbogen. Wir machen heute einen Regenbogen und lernen dabei die Farben. Mein Papa und ich haben keinen Regenbogen gesehen. Jetzt bin ich aber gespannt. Für unseren Regenbogen brauchen wir sieben Farben. Und das ist die Reihenfolge der Farben. Rot, Orange, Gelb, Grün, Hellblau, Dunkelblau und Lila. Ich zeige euch jetzt, was wir machen. Jeder hat Knete vor sich liegen. Die müsst ihr so ausrollen. Prima, und jetzt legen wir sie hin. Wir fangen mit Rot an. Grün, Hellblau, Dunkelblau und zum Schluss. Lila. Unser Regenbogen ist fertig. Oh, der ist aber toll geworden. Ja, genau wie der, den wir am Himmel gesehen haben. Schön. Ich finde, die Farben zu lernen hat Spaß gemacht. Und jetzt habe ich eine Überraschung für euch. Heute gehen wir nämlich an den See. Los, kommt. Hoi. Juhu, wir sind am See. Ja, und wir werden jetzt angeln. Ich will den größten Fisch fangen. Supi, der erste Fisch. Ich bereite schon mal den Grill vor. Nicole, wir haben noch zwei Fische gefangen. Oh, und noch einer. Die kommen jetzt auf den Grill. Guten Appetit. Oh, lecker. Mh, schmeckt sehr gut. Mh. Ich glaube, es schmeckt ihnen. Und ich baue jetzt ein Feld auf. Da werden sie ihren Mittagsschlaf halten. Und ich baue jetzt ein Feld auf. Zeit fürs Mittagsschläfchen. Juhu, wir dürfen heute im Zelt schlafen. Ein Mittagsschläfchen an der frischen Luft wird Ihnen gut tun. Freunde, hat euch mein Video gefallen, dann drückt auf Like und abonniert Kinder Cartoons, um euch auch die nächste Folge anzusehen. Tschüss.